So, wir machen nochmal, da ist nochmal die Donner. Die Donner ist, zeig dich mal, dass du auch zu Hause suchst. Lass sie dir mal zeigen. Das ist eine schwarze Schönheit. Du warst nicht echt schön, ne? Oh, na. So, du wartest schon viel zu lange. Dein Bruder ist schon längst vermittelt und du sitzt hier und sitzt und sitzt.